Hallo, mein Name ist Marius Ebert, ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen. Meine Motivation, als ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, diese Lernkonzepte zu schreiben, war etwas zu schaffen, das Sie in Ihr Leben integrieren können. Das heißt, wenn Sie eine Fortbildung machen, müssen Sie, wenn Sie es nach meiner Methode machen, Ihr Leben nicht umschmeißen, Ihr Leben nicht umkrempeln, sondern es ist so auf Effizienz getrimmt, auf leichtes und schnelles Lernen ausgerichtet, dass Sie es integrieren können in Ihren Alltag. Sie brauchen ein gewisses Budget für den Unterricht, Sie brauchen eine gewisse Zeit, um zum Unterricht hin und wieder zurückzufahren und Sie brauchen eine gewisse Zeit für die Nachbereitung. Wie viel, habe ich in einem anderen Video erzählt, deutlich weniger, als Sie denken. Rechnen Sie pro Seminartag zwei bis drei Stunden, dann haben Sie Ihr Budget pro Seminartag wohlgemerkt, nicht pro Tag Ihres Lebens, sondern pro Seminartag, plus noch ein bisschen Aufschlag, 10 bis 20 Prozent, um mit alten Prüfungen noch ein bisschen zu üben, um sich ein bisschen mehr noch einzustellen auf den Stil der Prüfung. Das machen wir zwar schon im Unterricht, aber wer noch ein bisschen mehr investieren möchte, kann das tun. Und ansonsten, wenn Sie bei mir ein Seminar buchen, dann brauchen Sie sich nicht vom Leben zu verabschieden, nicht von Ihren Kindern zu verabschieden, sondern Sie können das integrieren in Ihr Leben. Ich weiß, dass Ihr Leben voll ist. Ich weiß, dass Sie im Berufsalltag stehen, dass Sie noch Familie haben in aller Regel und dass Sie natürlich auch noch Zeit brauchen und wollen für Hobbys, für Freizeit, für die schönen Dinge im Leben. Mein Seminarkonzept können Sie in Ihr Leben integrieren. Sie müssen nicht Ihr Leben umkrempeln. Wenn Sie das interessiert, dann gehen Sie zu spaßlerndenk.de. Und wenn Sie da schon sind, das hängt davon ab, wo Sie dieses Video gerade schauen, dann tragen Sie sich bitte unten ein, unten in das Formular, tragen Sie sich bitte ein für das Berufsbild, das Sie erlangen wollen, den Abschluss, den Sie erlangen wollen und Sie erhalten weitere Informationen. Alles Gute, mein Name ist Marius Eber.